Willkommen zurück, YouTube! Ja, herzlich willkommen zurück! Ja, wir bauen unser Haus, denk ich mal, erstmal jetzt ein bisschen breiter. Ja, weil wir haben ja alles offen jetzt hier. Das ist ja quasi die Einladung vom Monster gerade. Wie wollten wir das machen? Zwei breit, oder? Ja, zwei breit denk ich erstmal, ne? Sollte uns reichen erstmal. Wir sind hier erstmal bescheiden. Mit Scheidenheit zählt aber nicht so ganz Stärke normalerweise, oder? Ja, am Anfang, am Anfang, aber danach. Da kann man schon auf die Kacke hauen hier. Naja, der schönste Ort für ein Haus ist das ja auch nicht unbedingt hier. Aber am zweckmäßigsten momentan. Ja, denk ich auch. Allein wegen der großen Höhle. Also ich geh davon aus, dass sie wahrscheinlich bis nach ganz unten geht. Und hoffe natürlich, dass wir da auch so schnell wirklich eigentlich auch Diamanten finden. Ja, das wäre genial. Ja, überhaupt halt gute Reds so ein bisschen wäre halt schon mal was schönes, ne? Ja, natürlich. Und das ganze, was man, ein bisschen Gold vielleicht mal, schau, war da finden können. Und was man bis jetzt von der Höhle gesehen hat, die ist ja schon ziemlich groß erstmal. Mhm. Ja, und geht schön tief rein. Also zumindest hoff ich das. Ja, ich denke mal, Aufwand kann man da schon haben, dass man da was halbwegs vernünftig findet. Ja, und was nicht passt, wir passen gemacht. Autsch. Äh, zwei breit? Ja, die dritte ist die Wand, ne? Ja, dritte ist die Wand, genau. So hatte ich das jetzt auch natürlich gebaut. Natürlich, natürlich. Ja, sicher. Das sieht ganz stark danach aus. Dass ich das so gemacht habe, wie ich das haben wollte. Dann ist ja gut. Ach, jetzt habe ich da wieder die... Naja. So. Mach schon mal ein Loch gelassen, das sind irgendwie wie immer Löcher in der Wände. Ja, magst du es vielleicht nicht, um Close? Ich fühl mich, ah, ich fühl mich so schnell so eingesperrt. Das wäre wahrscheinlich. Ja, ich brauche meine Freiheiten. Und das bei so einer charmanten Gesellschaft wie mir, ey. Ja, da möchte man weit weglaufen können. Ne, ne. Aber abends im Bett kuscheln, ne? Ist klar. Ja, das ist nur, weil es kalt ist. Brokeback Mountain und so. Ja, klar. Sexmäßig alles nur. Dazu sage ich jetzt nichts. Ja, aber irgendwie passt das nicht. Was passt nicht? Da passt irgendwas nicht. Dann hast du ja wieder gebaut. Hab ich oder du scheiße gebaut? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Was passt denn da noch nicht? Hä? Ach, jo. Jetzt weiß ich, was nicht passt hier. Mann, Mann, Mann. Lern zählen. Wer hat das denn wieder gebaut? Du! Ich niemals. Das kannst du doch nur gewesen sein. Ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern. Soll ich hier vorne komplett Glas rausmachen vorne? Mach wie du meinst. Ich weiß nicht. Sonst verwirre ich dich hinterher noch. Das möcht ich dir nicht. Ja, klar. Das sieht schon ein bisschen strange aus. So. Ich mach jetzt. Ich geh noch ein bisschen Holz hoch und holen. Ach komm. Machen wir das so. Ne, ist ja hoch. Ne, ne, ne. Das hat doch schon mal wieder was. Hoffe ich doch. Nicht, dass du nach Hause kommst und mitgastern. Wie sieht die Bude aus? Was? Wird er nie aufgeräumt? Ja. Mach ich sowieso. So, du hättest mir aber Holz. Könntest du mir gekriegen? Ja, hab ich doch gesagt. Ich geh eben Holz suchen und so. Ich wollte dich nur mal dran erinnern. Vielleicht hättest du das ja spontan vergessen. Naja, klar. Ja, wer weiß. Ne, ne, ist schon recht. Doch, ich kann schon wieder nicht mehr heilen. Dann haben wir hier den ganzen Holztraßen vor der Tür liegen lassen. Das sind wir die richtigen. Was denn? Ja, ich kümmer mich um das Innenwo hier. Hier hast du nen Stack. Nehmen wir hin. Dankeschön. Hast du denn noch Steine für den Boden? Du hast das ja auch gemacht. Ja. Steine, mach den Boden. Dann mach ich den Boden. Ja. Darfst du auch. Ich bin ja der Mann im Haus, ne? Ja, ja, klar. Mit der schweren Spitzhacke und so. Mhm. Du bist ja eher für die Deko zuständig. Ja, ne, ist klar, Braune. Ja nicht? Ich dachte. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ich muss mich hier schon ums schöne Licht kümmern. Ja. Alles. Ey. Und direkt werd ich wieder verprügelt. Das war ein Leck. Hätte ich jetzt auch gesagt. Wie wird's dunkel draußen. Ah. Ja. Du gehst doch da draußen, nicht? Ja, und? Das ist nur, weil ich vor dir flüchten will. Das sieht voll doof aus. Wer hat's denn gemacht? Du. Ach, jetzt bin ich in der Scheid. Ja, du hast mich nicht daran gehindert. Ja, jetzt weiß ich, warum du die Freundebeziehung bist hier quasi. Hm. Wieso das denn? Ach. Nur im Umgang. Hier, Bäume unter und unter und unter und aus. Ja. Sind hier Zustände, ne? Das ist der Hammer. Ja. Ja, du. Warum? Findest du das nicht schön, dass hier vorne ein Feld so aussieht, das hier? Ich geh jetzt im Bett. Ich kann dich nicht hauen. Kann ich das Bett abbauen, wenn du im Bett bliebst? Ey! Haha. Was ist denn? So. So eine Sauerei. Oh. Na egal, da muss das eh hin. Siehst du? Ich kratze mir deine Füße. Warum das denn? Hier. Meine Füße zeige ich dir hier. Zack. Oh. Unglaublich. Mhm. Aber das Schlafzimmer gefällt mir noch nicht. Ja, und wer hat denn hier das Loch in der Decke gelassen? Wer macht denn sowas? Ja, wer hat denn... Das kannst du ja nur gewesen sein. Der Mann mit der harten Eisenspitzhacke in der Hand. Haha. Ja, ist klar. Dann bin ich jetzt wieder gewesen. Das ist schon klar. Was sind denn das hier für Treppen und so? Man, man, man macht so das Dach hier. Ich hab kein Holz mehr. Ich hab alle Tee gegeben. Ja, jetzt auf einmal, ne? Hier, dann komm her. Hm. Fuck alleine, wenn du hier schon weg kannst. Deine drei Digger da hier. Hey. Das war ein Versehen. Ja, ja, ich ess jetzt. Was hast du jetzt davon? Ja. Jo, das wäre doch gut. Ähm, darf ich mal kurz, äh, welchen Fleisch hast du noch? Noch? 12? Was? Ich hab noch genau EIN! Ich hab jetzt nur noch SEX. ÄY! Verfressene! Komm du mir! Komm du mir nach Hause! Ich hab gar nichts gemacht! Verfressene Pack! Unglaublich! Du hast mich... Was denn? Du hast mich gehauen! Nicht festgehauen scheinbar! So! Wenn ich ja die Frau bin, dann will ich einen begehbaren Kladerschrank haben. So! Dann seh zu. Mach mal! Soll ich einen Gang reinmachen, oder nicht? Ja, ja, hau mal hier rein! Gangnam Style reinmachen! Ne, keine Ahnung, aber ich würd hier trotzdem... Immer mal holen... Hatsch und Style Naja, wenn die am Rand stehen, find ich die gar nicht schlecht, als Deko-Material, quasi Naja Ja, das wirkt so wie Sollen, weißt du? Ja, so ein bisschen, ne? Nano? Hast du Klee ist drin? Nee Nix hat er Da hat er Oh, weg den Kack hier Boah, läuft der einfach da rein? Ey, weißt du, du brauchst dich gar nicht wundern, wenn ich dich die ganze Zeit schlage, wenn du immer da reinläufst, wo ich hinhaue Ja, 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 du haust ja absichtlich dahin Nein Niemals Niemals Das würde ich niemals tun, aber wirklich Würdest du niemals zugeben, ne? Nee Nehmlich Wie weit wolltest du denn hier den Kleiderschrank nach hinten versetzen? Nein, keine Ahnung Weiß nicht, das reicht eigentlich schon hier Dass wir hier vorne die Kisten auf jeden Fall irgendwo hinhauen Ja, ist logisch, jetzt reicht das Jetzt, wo ich hier bin, ne, ist ja klar Ja, weißt du, ich helfe dir doch schon Guck mal, wie weit du bist und guck mal, wie weit ich schon bin hier Guck mal, mit deiner Holzhacke da Die ist aus Stein Oh, oh Ja Der Mann von Welt hier Toll, jetzt ist die auch noch kaputt gegangen, ey Siehste, das gönne ich dir Das gönne ich dir Ja, komm, jetzt kann der auch noch Die gerade hier Und jetzt sind wir schon wieder oben hier in so einem Tunnelsystem drin Ja, ist ja egal Vielleicht willst du so oder so nicht das einzige sein hier Ja, nicht nur faul rumstehen und gucken, aber tun Ja, guck mal meine Seite an und guck mal deine an hier Ja, super, weißt du Du mit deinem Hightech-Spielzeug da immer Ja, guck mal, wie schnell ich bin Das sieht so aus, ob du gerade erst anfangern hast hier Ja, ja, ja Immer auf der Kakao-Messe, unglaublich Nicht der erste, der fertig ist, ist, ne, der Beste Muss auch im Ohrm-Design Ja, glaub, dass jetzt ich über mir hier nicht gerade wäre Nein Nein, ist falsch schräg Du hast die Blöcke schief abgebaut Oh, guck mal, Kohle Ja, hier haben wir das Glas raus, Steine rein Ja, wie wollen wir denn die Kisten hier hinbauen? Wollen wir einfach, ähm, hier so, also ich würd hier so'n So'n Raumtrenner hinmachen, quasi Ähm Fang erstmal an, wie du meinst, dann gucken wir, wenn ich mal danach, oder? Ach so, mach erstmal so und dann reifen wir das sowieso ab Richtig, weil das sieht sowieso scheiße aus danach Ja So hab ich ja auch das Haus angefangen Aus, äh, ja, dann bräuchten wir mal Holz zurück hier Wofür? Ja, für den Raumtrenner Ja, will ich nicht Ähm, hier hast du ein bisschen Holz Meckere es nicht Dankeschön, Dankeschön Wie gnädig Ich weiß 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Okay, dann musst du hier Ich denk, ich kriege ja sowieso nochmal ein bisschen Holz rum, weil das wird uns jetzt von vorne hin nicht mehr reichen, als wir jetzt haben Nö, das denk ich auch Da wir jetzt doch noch weiter hinten ausgebaut haben, wie ich gedacht hatte Und, äh, Stein brenne ich auch schon, weil da fehlt für den Boden noch Stein Mhm Aber ich hol jetzt erstmal ein Schornack Okay Ich bräuchte ja auch eine Axt, vielleicht noch alles, oder? Hier erstmal noch ein bisschen Stein, äh, Holz holen Ja, das reicht erstmal, glaub ich, wenn du nur ein bisschen Holz noch ein bisschen besorgst, das reicht dann glaub ich auch schon Joa, ich hab über dir einen Dach geforstet Hm Da müssen wir umziehen, weil es hier nichts mehr gibt Ja Auch interessant Wäre auch nicht schlimm Ich mein, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal gute Rohstoffe Aber dafür würde ich aber vorher noch die Höhle ein bisschen erkunden Ja, ich baue jetzt einen von diesen Riesenbäumen ab Die haben mich hier die ganze Zeit schon so angeguckt Joa 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 Sooo Abreißen hier Ja Und ich hätte ganz gern noch ein paar Sätze länger eigentlich mal wieder aus dem Baum raus, aber Ich hab keine Lust zu warten, fünf Stunden auf die Dinger Ich hab hier 17 noch rumliegen Ja, aber ich hab keine Lust zu holen Ich nehme die, die jetzt hier gedroppt sind Muss ja, muss ja auch nicht Ich sitze hier nämlich da, wo ich geholzt hab, nämlich im Baum rein Einfach nur mal so Aber wir sollten so oder so mal gucken irgendwie, weil wir brauchen auch mal anderes Holz, weil äh, außer Ja Außer das Fichten und das Eichenholz ist ja nicht wirklich viel Ja, ich denke, ähm, nicht nur Holz wird ja irgendwann uninteressant, so Demo-Redsäden zu nutzen Wir sollten ja wahrscheinlich auch irgendwann mal, äh, was anderes anbauen, wie immer mehr Weizen, oder? Denke ich Ja Ach, das ist doch gar nicht Also, ganz ehrlich, also ich würde hier eigentlich gerne noch eine Kiste drüber setzen Aber dann kannst du hier oben nicht darauf zugreifen Seitdem du packst hier oben über die Kiste Glas Dann kannst du die Kiste aufmachen Das heißt zum Beispiel hier Also die Leiste Okay Die müsstest du dann weg Also beziehungsweise angepasst werden, eins höher dann Dass du dann quasi so wie ein Tunnel hast Da könnte man oben zum Beispiel auch Fackeln oben draufsetzen Dann, äh, leuchtet das auch von oben nochmal Indirekte Beleuchtung oder so Ja, voll, voll Porno Ja, hat er was oder nicht? Ja, hat er was Glas hatte ich hier, Glas hatte ich hier schon reingepackt Was war hier noch drin? Nein Stein Stein brennt da, ja, das war schön, da auch Ja, das war gut Da, alles weg, alles weg, okay Okay, wir bräuchten Sand auch gleich noch Da gehe ich mich gleich, mich gleich drum kümmern Dann lass ich die Decke, glaube ich, erstmal auf, oder? Hier so Ja, erstmal in da Die Kohle nehme ich aber hier aus der Wand, bevor wir das zubauen Wäre praktisch Ja, das muss ja nicht sein Ja, ich glaube, so viel Kohler haben wir auch gar nicht mehr, ne, momentan Äh, ich hatte noch 32, hatte ich hier in der Kiste gelegt gehabt Okay Dann hab ich mal wieder nix gesagt Ich such mich gerade hier ein bisschen dumm und dämlich Das wird noch schlimmer Naja, davon kann man ausgehen Ja, das Schlimme ist halt, wenn immer zwei Leute an den Truhen dann oben Grabschen, keiner mehr weiß, was, wo drin waren, ne Ich weiß nicht, ob wir äntken sind, auf jeden Fall das ist Ich bin ein bisschen gründer, ich bin ein bisschen drüber, ich bin drüber, ich bin der